Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gable. Es ist Wochenende, ich bin immer noch unterwegs, ich bin wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Weg nach Hause und ich spiele für euch heute World of Tanks. Also, ich mache das wie immer, ich mache vier Runden. Wenn die mal zwei weg ist, springe ich weiter zum nächsten und wenn die weg ist, springe ich wieder zum nächsten und so weiter und so fort. Bis ich halt vier Runden gespielt habe. Ich habe jetzt beim gestrigen Video nur ein Sick gehabt und drei Niederlagen. Ich hoffe, jetzt wird es besser und wir starten mal. Viel Spaß. Okay, dann geht es mal los mit dem Cousander. Okay, nur eine Flagge einnehmen. Da kommt der Flieger runter. Da ist er. Gelandet ist er. Gelandet ist der Vogel. Ich stelle mich da einfach jetzt mal rein. Hier haben Sie! Zwei Treffer! Geht hier schon mal schlecht. Geht schon schlecht gut weiter. Ist er da reingeprettert und dann hat er sich einfach gedreht. Ah! Der ist schnell. Zum nächsten Panzer. Der ist schnell. Leider, leider nicht gewonnen. Ich kann mich nur immer wiederholen und sagen, die nächste Runde wird besser. Ich habe bis dahin nur eine gute Runde gespielt. Sonst immer nur Kacke. Und ich platze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der sechst schlechteste Spieler. Gut, dann bis gleich. Gut, es geht direkt weiter. Kämpfen gedrückt schon da. Zack. Ich habe nicht mal eine Sekunde gewartet. Die haben nur auf mich gewartet. Wieder eine Flagge einnehmen. Schaffe ich das diesmal? Ich probiere es. Da landet der Vogel und gelandet ist er. Ja. Ja. Hm. Schaffe ich das, die Flagge einzunehmen? 70, 80, sieht doch schon gut aus. 90? Flagge, jawohl! Ich hab die Flagge eingelogen. Mach schau wieviel Punkte ich kriege. Ich hab nur die Flagge eingelogen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wieviel Punkte ich hier kriege. Null. Ich hab ne Quest abgeschlossen. Null. 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 Keine Sterne. Schlechtester Spieler. Nicht ganz. Die hier waren genauso schlecht wie ich. Obwohl der hat 91 Sterne gekriegt. Also der war sogar besser als ich. Nichts gekriegt. Aber ist meine Mal 2 jetzt auch weg? Muss ich mal gucken. Das muss ich mal gucken. Ja. Jetzt habe ich 0 Punkte bei 2 gekriegt. Wieviel das wohl sind? Na gut. Dann würde ich mal sagen, nächste Runde. Viel Spaß. Weiter geht es mit der SU-85. Ich spiel jetzt den russischen Panzer. Und als erstes suche ich einen schweren Panzer. Da ist einer. Noch einer. Und dahinten ist auch einer. So. Warum? Hier rüber, hier auch. Immer noch kein Panzer zu sehen. Wir haben sie voll erwischt. Er steht in Flammen. Sie haben uns zu. Schade. Zwei Treffer gemacht. Der hört sich kaputt an. Jo, schön. Ah, er ist leider auch gestorben. Oh, ich werde doch gern mit YouTube. Bälle. Schön. Hellcat. Ach so, vorher, das war ja gar kein... Ich habe vorhin, glaube ich, einmal gesagt, mit den Crusundern, mit den Briten. War ja... äh, mit den Amerikanern. Ist aber ein Bruder. Oh, der... 2 1 2 3 Ah, komm nicht auf den anderen, dann hätt's da einen weniger gehabt. Und, der ist aber down. Nein! Barrieren, nur ein Schuss. Okay, der Erste. Nein! Schade. So knapp. Gut. Das war die zweite Runde, ne? Ja, die zweite Runde war das. Dritte Runde, zweite Runde. Schau mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Acht schlechteste. Schade. 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 Gut. Let's go. Nächste Runde. Viel Spaß. Und das ist ja schon die letzte Runde. Ich hab grad nachgeschaut. Crusander, erste Runde verloren, zweite Runde gewonnen. Und dann habe ich mit Inia mit Su85 gespielt. Egal. Auf jeden Fall die letzte Runde ist es jetzt hier. So ein Mist. Ich geh lieber nach oben. Auf jeden Fall. So ein Mist. So ein Mist. Das gehört, wenn du in dieuros? Das gehört, wenn du mit Disney selbst hier bist. Ich glaube, es liegt einfach nicht mit, wie wenn du mir n technically verhaut. Sie stehen da, wie ein Mist! Ich warte mir sowas. Sie stehen da. Ich werde amüsiert von... Ich werde nur ein Lohder. Also... Die Gewinnchance bei mir ist nur noch 25%. Von vier Runden, eine Runde gewonnen. Shit, mit dem Cousander hatte ich die Flagge eingenommen. Das war das. Er ist verloren, dann Flagge eingenommen. Und jetzt war er mit das zu verloren. Jaaaa... Nein! Okay. Ja... Da würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich schaue mir noch schnell die Bewertung an und dann... Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Schaden 0. Sterne 0. Wieder kein Stern. Aber ich habe doch... Habe ich nicht einmal getroffen. Scheiße. Mist. Egal. 1, 2, 3, 4... 4 Leute, die nichts gemacht haben, sozusagen. Na gut, okay. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Und... Dankeschön für die Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn du mir dabei sein willst. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik